servus leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video ein neues teleonym beantworten video nochmal so also ja also erstmal ja ich habe eigentlich gesagt dass ich auch gucke dass ich andere sachen mache in letzter zeit habe ich nicht so viel hochgeladen obwohl das auch nicht ganz stimmt ich habe eigentlich ein kreuzvertreter video hochgeladen und das wird auch noch kommen es hat es gibt nur einen einzigen grund warum das noch nicht da ist und zwar wegen dem thumbnail jetzt ehrlich weil ich weil ich mir zu faul bin mir das thumbnail zu erstellen aber ich mache das vielleicht noch noch die nacht da kann das morgen rauskommen ja ich weiß dieses video wird auch direkt rauskommen zubeis hochgeladen hat also ab ja fangen wir mal an erst mal die erste frage singe ja immer noch nach wie vor ja ich hatte auch noch nie in meinem leben eine richtige beziehung nur irgendwelche sachen aus dem internet aber alles weg so ist es halt und ich kann nur eine sache empfehlen aus eigenerfahrung dating apps bringen nichts nur mal sowas ich habe es versucht mit tinder lavo bumble und alles drum und dran sogar hinge oder hinge also hinge diese app wo man die sich ja selber so bewirbt mit die app zum löschen oder so irgendwie ja die app die gemacht ist um zu löschen so irgendwie okay ich hatte es am ende monatelang auf einem handy okay nächste frage wie geht es dir gerade so möchte ich nicht beantworten sorry weil jetzt ne hast du eine narbe und wovon ich bin als äh ich bin als kind irgendwie gegen den glastisch getan oder so und hat er dann hier oben irgendwie ne ist das ding dran also ich habe eine narbe an der stelle aber keine pizzen habe ich bin nicht Harry Potter ne ein strich halt ist da oben irgendwie so frage Nummer 4 wie findest du es der leute öfters als nur am wochenende Alkohol trinken ganz im Ernst ganz im Ernst ist auch egal niemand lasst auch die Leute wenn ich also ich trinke auch immer mal irgendwelches Alkohol wenn ich gerade mal Bock habe so und nun die letzte Frage vergleichst du dein Leben oft mit dem von anderen und warum keine Ahnung ich merke sowas nicht lol naja dann war es das auch schon wieder 3 Minuten ja dann halte ich mal hier einen schönen Rekord und sagt dann mal das war es mit dem Video bis zum nächsten Mal falls es euch gefallen haben solltet und so weiter dann lasst ein Like da und wird euch meine anderen Videos gefallen tja dann liked auch diese alle und vor allem lasst ein Kommentar da zeigt dieses Video euren Freunden würde mir auf jeden Fall sehr helfen also damit würde mir auf jeden Fall sehr helfen und dann würde ich sagen einen schönen Sonntag euch allen